So, hier ein Zielvideo. Gerade nach der Ankunft, vierte Etappe. Heute eigentlich Queen Stage. Haben sie aber gekürzt von 3.000 Höhenmeter auf 2.300 oder 2.500, irgendwie was. Und 77 Kilometer, war richtig heiß wieder, 39 Grad. Und zur Sturzquote heute im Team Grandmaster. Udo 2, Mike 0. Also meine zweite Stage ohne Sturz. Sehr geil. Das war heute wieder ein Ritt auf der Rasierklinge. Was die Verpflegung anbetrifft. Wir dürfen jetzt nur noch so viel, gerade so viel Kohlenhydrate rein drehen in den Magen. Das unbedingt sein muss. Und dieses Fahren am Limit. Kein Ding drüber. Aber auch nichts herschenken drunter. Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Ich sag's euch, wie es ist. Der letzte Anstieg. 800 Höhenmeter oder 1.000 am Stück. Ne, 800. Das war brutal. Ewig heiß. Und dann wurden wir aber belohnt mit, ich glaub, 1.000 Höhenmeter am Stück. Single Trail. Vom feinsten. Flow. Switchbacks. Da haben wir so brennlass. Da hat uns kein Erfolg können. Ohne Scheiß. Da hat uns kein Erfolg können. Wir sind gefahren, als gäbe es keinen Magen. Uns war alles safe und ich war so entspannt. Es war einfach im Flow. Links, rechts, links, rechts. Kuppe, Sprung, links, rechts. Das war einfach nur geil. Heute? Heute sind wir echt, mit der Abfahrt sind wir heute belohnt worden. Dafür haben die Füße hin und her gebrannt. Ohne Ende. Jetzt noch ein kleiner Schwenk ins Fahrerlacher. Die anderen Teams. Wir haben uns alle aufgerieben. Wie immer heute. Und von daher, ich schwenke jetzt einmal. Tschüss.